Der Kreis Oberliga-Relegation 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 Von der der Maik hier eigentlich schon im Eingang gesprochen hatte, wo beide Mannschaften eigentlich nicht hinwollten. Aber jetzt heißt es nur noch einen Treffer und dann ist man der Kreis Oberliga nahe, beziehungsweise Amöneburg der Kreis Liga A. Amöneburg weiter nach vorne. Da sind sie wieder im 16er mit dem Schuss von Pavnov Georgiades. Aber der war gar kein Problem für den Kieschisch der Keeper. Dann die Schirrsteiner nochmal mit langem Ball in den 16er und da stehen sie zu dritt alleine vorm Tor. Aber keiner, wirklich keiner kriegt es gebacken, den Fuß dran zu bekommen. Und damit bleibt es beim 3 zu 3, was heißt Amöneburg bleibt in der Kreis Oberliga auch nächste Saison. Und Schirrstein muss einen neuen Angriff starten in der Kreis Liga A. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gesehen und ich freue mich schon auf die nächste Saison. Das letzte Quäntchen Glück hat gefehlt deiner Meinung nach oder warum hat es zu dem langersehnten, sage ich mal 4-3, dann nicht gereicht? Ja gut, Glück brauchst du immer so ein bisschen. Das hast du beim 3-2 bei denen gesehen. Ja, der Torwart faust das Ding weg und dann geht der rotz dem rein. Gut, auf der anderen Seite, wir haben letztendlich dann die Staffelung da nicht drin gehabt. Wir haben dann versucht mit langen Bällen zu arbeiten und das hat dann nicht so funktioniert. Das heißt, da musst du im kühlen Kopf bewahren, musst du gucken, dass du die Staffelung drin hast, dass du versuchst zu spielen, um durchzukommen. Aber gut, so ist das in der Hektik bei 850 Leuten. Wenn du da draußen stehst, ist es immer was anderes, als wenn du spielst. Deswegen mache ich den Jungs keinen Vorwurf. Ich kenne das. Das ist okay. Richtig. Und Mund abwischen, obwohl es jetzt schwer ist heute und dann geht es halt weiter. Ich stehe jetzt hier mit Eintracht-Profi David Kinsombi. David, du hast heute ein interessantes Spiel gesehen. Ja, wie fandst du es? Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und die Spannung war sehr hoch, war sehr schön anzugucken. Und bis zum Ende war die Spannung aufrechtzuerhalten und man wusste nicht ganz, wie es ausgeht. Und ich habe natürlich hier den Schierstein ein bisschen die Daumen gedrückt. Wie kam das, dass du hier dieses Spiel angeguckt hast in deinem Urlaub von Eintracht-Bankfurt? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Urlaub und ich komme ja hier aus der Gegend, bin hier aufgewachsen und habe dann mitbekommen, dass die Schiersteine sich gut geschlagen haben in der Saison. In der Liga und es war ja groß angekündigt, dieses Spiel. Und es war auch viel los. Ich glaube, um die 1.000 Zuschauer hatten wir hier. Ja, 805 waren es uns nicht. Ja, da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir natürlich gerne an. Ja, meine Damen und Herren, das war es hier vom heimischen Zehntenhof. 3-3 der Endstand. Am Mühneburg bleibt der Kreis Oberliga erhalten. Schierstein bleibt in der A-Klasse. Wir freuen uns aber auf jeden Fall auf nächste Saison und denke ich, machen jetzt erst mal ein bisschen Urlaub. Aber nächste Saison sind wir auf jeden Fall wieder dabei bei Dreiecken 1-11.